Drei Minuten lang läuft jetzt die Kamera. Oh ja, ganz wichtig zu Anfang, bitte nicht berühren. Das ist oberste Priorität. Filmen. Soll ich da dann irgendwas reden oder sagen? Ich kann machen, was ich will. Ich bin, glaube ich, noch nie vor der Kamera filmmäßig gestanden, außer vielleicht bei der eigenen Hochzeit mal. Und das war es dann auch schon. Jetzt kann ich alles sagen. Alles raushauen, was ich schon immer sagen wollte und mich erkennt niemand. Also man sieht, hat Effis heute mal wieder sehr hübsch gemacht und ganz viel schönen Glitzer. Liebe ich. Liebe ich. Und mit Grün. Und hier, den sehen wir jetzt gar nicht, wenn ich die Haare nicht wegtue. Das ist hier ein Paradiesvogel. So ein Eisvogel. Paradies-Eisvogel. 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 Das ist so geil. Ja, Paradies-Eisvogel. Heute haben wir nur viereinhalb bis fünf Stunden gebraucht, was jetzt nicht so lange ist wie sonst. Es ist sehr, sehr schön warm hier. in der Donau-Ries-Halle im Messegelände. Donau-Halle. 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 In Ulm. Das sind die richtigen Schwaben von Baden-Württemberg. Nicht wie wir aus Augsburg, die bayerischen Schwaben. Wir können auch nichts dafür. Wir können auch nichts dafür. Das ist so cool. Meine Tätowierung ist auch schön abgedeckt. Es ist auch normalerweise kaum zu sehen noch. Das muss man auch immer berücksichtigen. Beim Bodypaint ist es gar nicht so einfach. Man muss eine Deckfarbe nehmen. Also wirklich eine kräftige Deckfarbe. Also entweder schwarz-dunkelfarbe drüber gleich oder vorher mit weiß überpinseln. Du hast gut gelernt. Ja. Ja, es ist komisch, vor einer Kamera zu sein und einfach loszureden, ohne einen Text zu haben. Ja, und wie lange die Jabbys sind? Bravo, bravig. Ja? Das war fertig, oder? Ja. Bravo. Super. Bravissimo.